Ihr lieben Tagchen, so, wir starten. Wird ein bisschen spät kommen, weil ich noch die Einschulung von meinem Neffen gerade hatte. Wir haben es schon ziemlich spät, mal gucken, wann das Video online kommt. Aber trotzdem wollte ich hier noch was machen, weil Zeit, Zeit ist Zeit, vergesst es. Ihr Lieben, verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Nichts anderes. Guckt euch Legungen nicht an, wenn euch der Titel nicht anspricht. Bleibt nicht dran, wenn ihr die Energie einfach auch nicht aufschnappen wollt. Kein Problem, ausklicken und gucken oder ein anderes Mal gucken. Privatlegungen. Hier kommt die Information, ein Informationsvideo. Da ist alles erklärt, zwei Modelle, halbe Stunde oder eine Stunde. Und E-Mail findet ihr in der Infobox. Vielen Dank. Dankeschön. Weil ab Oktober ist wieder Pause. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr aber dran. Die Engelbotschaften. Oh, das sind zwei. Verzichten. Der Zeitpunkt stimmt nicht. Naja, deutlicher kann man es nicht sagen. Verzichte auf etwas. Vielleicht hast du auch schon, die meisten, die haben ja schon immer irgendwas gehabt. Ja, irgendeine Trennung, irgendeinen Bruch, irgendeinen Aufbruch. Wenn ein Bruch kommt, kommt ein Aufbruch. Ganz normal. Es wird neu. Es bleibt auch nicht das Alte. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, wie ihr wollt. Und wenn man schon den Aufbruch nutzen sollte oder darf, dann sollte man sich darauf fokussieren, dass es schöner wird als die Vergangenheit. Aber der Zeitpunkt stimmte nicht. Verzichte auf was? Wir nehmen heute das ganz normale Folientarot. Weil so langsam kriege ich die Marquettikarten nicht mehr gegriffen. Die sind doch schon ein bisschen abgeranzt und die fallen mir zu oft als Stapel. Ich muss mal gucken, was ich hier mache, ja, mit diesen Karten. Uh, dir ist es selbst klar. Dir ist es selbst auch bewusst. Wir haben die Sonne. Du bist im Klagen, dass der Zeitpunkt nicht stimmt. Und das Verzichten natürlich auch wegen dem Teufelskreis so sein sollte. Wir haben hier eine Steinbock-Energie. Hier war nichts mehr geerdet. Du bist hier einer Versuchung völlig reingelaufen, aufgelaufen. Hingebungsvoll, hinachtungsvoll. Gibt es das Wort hinachtungsvoll? Nee, wa? Bubble. So diese typische Ding. Auf jeden Fall gab es hier einen Teufelskreis, den du schon erkannt hast, wo du auch sagst, nein, möchte ich nicht. Vielen Dank, ich habe ihn gesehen. Jetzt ist aber Schluss, ja. Ich verzichte, weil der Zeitpunkt einfach nicht stimmt. Und manchmal reicht das schon. Da müssen nicht Furie auf Furie treffen, sondern der Zeitpunkt stimmt einfach nicht, ja. Wer weiß, wie weit ihr in der Entwicklung wart, in der Transformation. Was hat sich bei deinem Gegenüber verändert? Was hat sich bei dir verändert? Mehr können wir nicht gucken. Ihr wisst, es ist eine Kollektivlegung. Gucken. Moment. Ah, der Gehengte. Aber verkehrt rum. So, da sind wir wieder. Guten Tag. Wahrscheinlich machst du dir genau um dieses Thema Gedanken, ja. Weil der Gehengte wäre ja so eigentlich richtig rum. Du machst dir wahrscheinlich jetzt noch wirklich Gedanken, wie du hier aus dieser Spirale rauskommst. Aus dieser, ähm, aus diesem Verzicht, ja. Ja, dieses Wort Verzicht macht es dir wahrscheinlich am meisten zu schaffen, verzichten zu müssen. Dieser Zwang oder dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen von, diese Situation ist gerade so. Es wäre schön, wenn du dich hier aufstellst, ja. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage passieren, dass du wieder rumkippst. Und dir einiges wirklich bewusst wird, dass du vieles nicht in die Realität umsetzen kannst. Da gibt es keine Sicherheit, ja. Da gibt es keine Zufuhr von Stabilität oder auch, dass es hier halten könnte. Sondern in den nächsten Tagen wird das passieren, auf den Kopf stellen. Und dir wird einiges durch dieses Radikale auf den Kopf stellen bewusst werden. Weil es ja wirklich auch realistisch in deinen Kopf kommt, ja. Oder auch ankommt. Das wäre die richtige Position. Da möchtest du wahrscheinlich hin, dass wirklich noch die letzten Zweifel oder die letzten Energien, wo du vielleicht leidest, wirklich dir auch bewusst werden, ja. Warum hast du diesen Verzicht eingeläutet? Warum wurde dieser Verzicht bekannt gegeben? Weil der Zeitpunkt einfach nicht stimmt. Und wir haben hier auch von dir, das war im Schatten, den Ritter der Kälte. Du siehst auch dort keine Linie mehr, dorthin zu reiten, ja. Beziehungsweise auch dort anzukommen. Emotionen lässt du nicht zu. Es werden Emotionen da sein, keine Frage. Aber du bist dir hier bewusst, das, was du gefühlt hast, auch wenn es immer wieder das erste Mal vom Fühlen her war, ja. Oder eine ganz besondere Art und Weise, eine ganz besondere Bindung. Bist du dir hier bewusst, das stellst du ein. Das hast du selbst von deinem Kopf eingestellt, auch eingesehen. Du gibst es nicht mehr dorthin. Dein Kopf macht hier wirklich zu. Dein Kopf wird sich wahrscheinlich auch wirklich sehr stark darauf konzentrieren, dass du hier geerdet, wieder geordnet in deinem Kopf ankommst. Und wenn man die Klarheit schon hat von Anfang an und auch nicht mehr den Teufelskreis sehen möchte oder sich auch nicht mehr mit irgendwelchen Macken identifizieren möchte, Macken ertragen möchte, Süchte in seiner Umgebung haben möchte oder man greift selbst zu Süchten, weil man die Situation sonst nicht aushält, wie auch immer, ja. Das ist dir ja schon bewusst. Für deinen Kopf gibt es hier keine Linie, wo du das Gefühl hättest, jetzt hat jemand hier absolute Liebe verdient. Und weil man zu dir so nett war, ist dir einfach jetzt danach zumute, diesen Menschen auch wirklich mit Liebe zu überschütten oder Emotion oder Dankbarkeit, ist überhaupt nicht in deinem Kopf hier drin, ja. Weil du siehst dich ja auch als jemand, der genug für diese Beziehung getan und gemacht hat. Wir haben acht der Münzen, ist also die typische Power-Arbeitskarte, dieser Fleiß, der hier drin steckt, ja. Diese Dankbarkeit, die man vielleicht auch erwartet hätte oder gerne mal irgendwann gehört oder gesehen hätte, das ist der Grund. Du hast zu viel, das ist dir bewusst. Du hast zu viel und das, was geht, hast du reingesteckt und das hat jetzt für dich hier ein Ende, ja. Weil du gemerkt hast, egal, wahrscheinlich könntest du hier dreimal acht Münzen reinkloppen, ja. Und auch dann würde sich die Energie nicht verbinden beziehungsweise dann würde man dir wahrscheinlich auch keine Aufmerksamkeit schenken. Sie ist einfach nicht sichtbar, ja. Jemand fühlt deine Fleißkarte hier nicht. Jemand fühlt auch nicht, was du gemacht hast, was du noch machen würdest, ja. Wahrscheinlich, was du noch gemacht hättest. Definitiv. Das ist so schon fast dein Kopfgeheimnis, ja. Wenn du wüsstest, was ich hier noch alles für dich gemacht hätte. Aber es müssen ja Gründe geben, die das nicht vereinen, ja. Und deswegen stellst du hier wirklich komplett, zumindest für deinen Kopf, wir sind noch gerade mental drin, absolute Emotionen aus. Da willst du auch gar nicht hindenken, ja. Das ist für dich nicht mehr so. Du denkst nicht an das, was du gerne geben wollen würdest, sondern es sind einfach diese Prozesse, die hier mit der Klarheit zu tun haben, dass du dich hier in einem Teufelskreis einfach befangen hast, ja. Verzichten und der Zeitpunkt stimmt nicht. Du hast mit dir selbst jetzt genug zu tun, hier wieder anzukommen und wirklich deinen Kopf gerade zu rücken. Es ist mehr dein Kopf. Wir gucken mal, was im Herzen jetzt rauskommt. Herz, die Welt, sieben der Schwerter. Ja, ja, da lag schon einiges im Argen. Ja, du konntest dieser Person selbst nicht vertrauen. Muss nicht immer Lügen sein, aber hier zeigt es einfach an. Diese Welt möchtest du nicht mehr. Du hast keine Lust auf eine Welt, wo du, ja, wahrscheinlich in den Augen deines Gegenübers alles falsch machst. Wo man dir wahrscheinlich einen Strick aus jeder Scheiße dreht. Wo man dir irgendwas vermittelt, was überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Wo man dir vielleicht Sachen weiß machen will, von denen du nichts weißt, ja, so ungefähr. Das könnte hier wirklich ausschlaggebend sein, von ausgedachten Geschichten bis hin zu Lügen und selber Dreck am Stecken haben. Es ist hier so diese Welt, die du klar siehst, vom Herzen her auf gar keinen Fall. Da muss man sich wirklich sehr stark verletzt haben. Und wir haben auch hier den Ritter der Stäbe. Also auch, naja, es muss ja passen, brauche ich nicht vorsichtig sagen. Auch selbst, alles was dazu gehörte, dass du den Drang verspürst zu dieser Person hin, ja, ist auf dem Wege des Absterbens, vom Gefühl, ja. Dieser Drang mit Ritter der Stäbe und Ritter der Kälte, das stellst du hier komplett ein. Nicht mal von der, von dem Empfinden, von dem Gefühl hättest du jetzt irgendwie Lust, dort wortwörtlich einzureiten, weil du nicht einsiehst, wofür, ja. Oder auch der Zeitpunkt würde gerade wirklich überhaupt nicht stimmen. Vielleicht bist du zu oft zurückgeritten, ja. Und das ist so deine Ansage, nee, bevor ich meinen Stolz verliere. Ihr wisst, der Stabenergie ist ja wirklich immer sehr mit Stolz, mit Leidenschaft, mit dem, was man hat. Wenn er verkehrt rumliegt, ist es natürlich genau das Gegenteil oftmals. Und du stellst auch dort absolut die Begierde ein, so möchte ich das mal umfassen, ja. Die Begierde zu diesem Ort oder zu diesem Menschen. Du hast keine Sehnsucht dahin, ja. Du möchtest einen besseren Ort haben, eine bessere Welt. Ohne Lügen, ohne Ärger, ohne vielleicht sogar durch diesen Diebstahl selbst in deinem Leben etwas verlieren durch die Situation, ja, die andauernd geschaffen wurde. Vielleicht hast du an Kraft verloren. Vielleicht hast du auch hier heikle Situationen schon durchlebt, die dir unangenehm waren. Vielleicht musstest du hier wirklich aufpassen, dass dieser Krach, den du mit der anderen Seite hattest, dir wirklich nicht noch deine Welt kaputt macht, ja. Und diese Welt ist für dich, ja, steht nicht zur Debatte. Du willst deine Welt neu annehmen. Und du hast hier auch vielleicht für dich ein Ultimatum gesetzt, was vielleicht im Herzen noch steht. Vielleicht wartest du hier eine Sache ab. Ansonsten ist es wirklich, dieses Ultimatum ist schon längst da. Es gehört der Vergangenheit an. Du möchtest hier wirklich den Tag X für dich bereitstellen. Hast vielleicht auch einen Termin, ja. Manche machen das so, damit man damit klarkommt. Man hat dann wirklich, ich warte noch eine Woche oder ich warte auch gar keine Woche mehr. Nee, das ist für dich hier irgendwie fest, ja. Dieser Tag X oder das, was passiert ist oder so, wie der Zustand jetzt gerade ist, gehört es der Vergangenheit an. Weil das ist ja auch richtig rum. Als ob du von dir aus so sagst, ja, ich bin damit fein. Ich musste lernen, damit fein zu werden. Ja, ich musste lernen, damit umzugehen. Und ich denke ganz stark, hier ist eine Energie, gerade weil wir mit der Sonne angefangen haben, wo du wirklich sagst, ich sehe immer klarer. Natürlich tut es noch weh oder es ist enttäuschend, dass du überhaupt an so eine Verbindung rangekommen bist oder in diesen Verbindungen drin gesteckt hast. Aber es ist schon fast wie, was sollst du davon halten, ja. Was hast du gedacht, was du erwartest oder was hast du dir erhofft, sind immer so die Fragen. Es bleibt in der Erinnerung, es bleibt der Vergangenheit an. Du sträubst dich wirklich gegen die Ritter, die ja Vermittler sind, ja. Da machst du nicht mit. Weder Emotionen noch dieses Zeigen, was du wahrscheinlich großzügig immer gegeben hast. Du bist der Mensch, der mir gefällt. Du bist der Mensch, den ich schätze, ehre. Du bist der Mensch, der mich vielleicht auch körperlich anzieht. Dieses Interesse ist komplett hier weg, ja. Weg für diesen Menschen. Neun, der Kelche. Du hast auch ein bisschen Aufarbeitung in Sachen Selbstliebe. Wahrscheinlich waren hier Wege, wo du selbst an dir gezweifelt hast. Wo man, ja, kann sein, dass man dich wirklich vergessen hat, in der Ecke links liegen lassen hat. Nur du bist angekommen oder nur du hast hier wieder für diese Verbindung gearbeitet, dein Bestes gegeben. Aber dir hat man nichts zurückgegeben, ja. Diese Selbstliebe, die hier einfach auf der Strecke geblieben ist, die heilst du hier gerade aus. Definitiv. Du musst wieder bei dir ankommen, ja. Du nimmst dir vielleicht jetzt auch mal wieder Zeit für deine Seelen-Wellness. Vielleicht gab es hier auch einen Seelen-Striptease, ja, wo du dich wirklich nackig machen musstest oder irgendwie Rechenschaften ablegen musstest. Es hat sehr stark geknackt oder sehr starke Narben hier hinterlassen, ja. Und du schützt dich aber vor jeglichem. Also das heißt, du hast hier eigentlich auch verstanden, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ob nun Zeitpunkt oder Verbindung nicht mehr klappt, du verzichtest wirklich fast freiwillig drauf. Wir gehen jetzt mal in den Kopf deines Gegenübers. Ihr könnt ja diesen Menschen am besten einschätzen, beziehungsweise auch die Energie. Und wir gucken mal nach. Es ist hier wieder der Herrscher. Was heißt wieder? Ja, wir haben hier auch von dir, hast du vielleicht die Person genommen, weil du vielleicht wirklich sehr starke Menschen liebst. Zwischen stark und stark gibt es wahrscheinlich wirklich sehr starke Unterschiede, ja. Man muss ja niemanden entmächtigen, um stark zu wirken. Aber das Stark hat sich hier wahrscheinlich wirklich sehr stark verlaufen, ja. Demnach war die Verbindung sehr stark zu diesen Menschen. Du warst sehr stark abhängig. Du hast dich sehr stark zu diesen Menschen hingezogen gefühlt. Es war einfach von Anfang an zu stark, dass überhaupt keinen Aufbauplatz hatte, sondern es war so rums zusammen, ja. Die Energie war magisch knallend, wie auch immer. Es ging ziemlich schnell. Es war schön. Dann musst du gucken, ob du für dich selbst hier ein Vaterproblem vorweist. Das sind immer so, wenn man es nicht merkt, hattest du die gesunde Mutter-Vater-Verbindung, ja. Wo Mutter-Vater zusammen leben, glückliche Beziehung. Was ist vorgefallen? Hast du viele Streitereien mitbekommen? Musstest du selbst für dich hart sein im Leben, weil eins nach dem anderen gekommen ist? Du hast eine Mauer aufgebaut, ja. Niemand hat dich so als starke Schulter irgendwie entlasten können in die Weichheit. Ob Mann oder Frau spielt keine Rolle. Aber das ist so mit der Wiederenergie wieder dieses Zentrum. Da hatte wieder jemand etwas, was du zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich selbst sehr stark bewundert hast, ja. Starke Personen mit einem vermeintlich gutem Selbstbewusstsein, was eventuell wahrscheinlich nicht vorhanden war, ja. Aber dieser Mensch tritt hier immer noch sehr stark auf, ja. Und dieser Mensch könnte auch selbst in der Trennung so gegangen sein, ja. Dass man überhaupt nicht einsieht, dass man Unrecht hatte. Oder dass hier wirklich auch mal eine Entschuldigung fällig wäre von der anderen Seite zu dir. Und vielleicht ist es sogar auch der Grund, dass du dir hier sagst, oh, riet mal langsamer. Nee, du kommst jetzt auch nicht mehr angeritten, ja. Du machst jetzt ja auch nicht mehr den Hoppe-Hoppe-Reiter-Menschen. Das ist so völlig so, du bist dir bewusst, dass hier jemand wirklich sehr stark stur sein könnte. Sehr eitel unterwegs. Hier hat sich jemand zurückgezogen. Hier bleibt auch jemand gerade im Rückzug oder ist auch wirklich im Rückzug geblieben. Mit der Jungfrau-Energie, die wir ja aktuell auch haben. Man bewegt sich auf kleinen Veränderungen, ja. Vielleicht konnte man mit dir die großen Veränderungen gar nicht schätzen und sehen. Hier bleibt einem erstmal nur diese kleine minimale Energie übrig. Man guckt, wie man vorwärtskommt gerade. Man guckt, wie man vorwärtskommt. Und wenn ihr schon länger auseinander seid, ist hier jemand, da hat dann das Alte nicht geklappt oder das, was man vorhatte. Und man ist hier gerade wahrscheinlich drin, wie besteht man hier weiter. Ja, es könnte wirklich eine neue Energie sein, wo man sich hier weiterentwickeln möchte, irgendwas Neues. Ich würde nicht sagen Neues anbendelt, aber man probiert hier gerade irgendwie neue Strukturen in sein Leben reinzubringen. Hat vielleicht auch gerade mit finanziellen Sachen zu tun. Könnte auch sein, dass man irgendeine Veränderung sucht. Wir haben hier, abgeschlossen hat man mit dir, definitiv nicht. Wir haben im Schatten drei der Schwerter. Das ist ein Trugschluss. Dieser Mensch ist unter Gefühl gegangen. Es gibt Menschen, fragt mich nicht wie, aber ihr kennt die Menschen wahrscheinlich, die würden unter ihrem Stolz oder mit ihrem Stolz sterben. Ja, und das ist es irgendwie für mich hier gerade. Bevor hier ein Mensch zugibt, dass man gelitten hat oder dass du fehlen könntest, unabhängig wie lange das jetzt schon ist, wird man hier einen Teufel tun, das zuzugeben. Ja, weil man vielleicht auch anderes von dir gewohnt ist, dass man sich in diesem Thron sieht, dass du anzukommen hast. Ja, oder das kennt man ja vielleicht auch von dir, weil du immer angekommen bist. Man sitzt hier wirklich schön gerade stolz und mit erhobenem Haupt und sieht sich hier auch mal wieder als sehr stark präsentierend. Was hat man zu geben für eine Kraft? Das Minimalste. Du musst dir hier die Frage stellen, vielleicht wird es dir sogar bewusst, was hatte der Mensch eigentlich überhaupt, mit dem du in Ergänzung gehen konntest. Vielleicht wirklich nur das Minimale, womit man sich immer fortbewegt. Vielleicht war es hier eine gleichbleibende Energie. Vielleicht hat dir das aber auch ausgereicht, weil du sehr viel anderes von deinem Gegenüber hier gespürt hast. Aber im Endeffekt könnte man dir fast sagen, deinem Gegenüber kann nicht mehr als mit dem punkten oder hat auch nicht mit dem oder mehr als mit dieser Energie beigetragen. Vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, aber man trägt oder gibt nur minimale Energien, hat dich wahrscheinlich oft laufen lassen, funktionieren lassen. Vielleicht hast du auch funktioniert unter Anleitung einer starken Person, ja, weil das ist ja nun mal der Herrscher. Können wir nicht anders sagen, auch wenn sie ziemlich ähnlich alle klingen zur Zeit, aber dann ist das die Energie. Man sieht hier aber auch, dass es immer noch Spuren, definitiv zumindest im Kopf, ja. Im Kopf ist einige schief gelaufen. Im Kopf sind einige Spuren und Erinnerungen nicht so geheilt worden. Nee, und ich kann dir auch sagen, das ist eine Person, die will für andere zeigen, dass sie immer zum Ziel kommt, ja, oder kam. Es ist ein sehr erfolgsreicher Mensch, der immer gerne an sein Ziel kommen möchte, aber mit so einer Energie geht es, ja, vielleicht stimmt der Zeitpunkt genauso für den anderen gerade hier nicht, mit so einer Energie kommst du nicht vorwärts, ja. Es sieht vielleicht so aus und wirkt für andere oder für dich. Aber mit einer erschlagenen Szene der Schwertenergie, wo man wirklich komplett mental im Eimer ist, wird man hier die Dinge anfassen, die nach außen so wirken, als würde man ins Ziel kommen. Ob es nun wirklich wichtig ist, was man hier verfolgt als Ziel, sei mal dahingestellt. Es muss ja für dich nicht wichtig sein, ja. Aber wichtig ist, seht her, oder sieh du, ja, ich fake ich fake meine Ziele. Mir geht es so im Kopf, aber nach außen versuche ich trotzdem das Bild abzugeben, dass hier jemand der Gewinner ist, wo ich mir sage, okay, Pustekuchen, ich spucke die Karten, ist nicht so, ja. Man gibt es einfach nicht zu. Es hat auch irgendwo nichts mehr mit gesundem Stolz zu tun, sondern mit krankhaften Stolz, weil davon kannst du dir nichts kaufen und erst recht weniger dein Gegenüber, ja. Wenn man hier nicht zugibt, dass man eine Entschuldigung vielleicht wirklich, auf die du gewartet hast, das hatte ich ja oben sogar schon gesagt, vielleicht wäre hier einfach nur die Entschuldigung mal wichtig gewesen, aber bevor man das über die Zunge bringt, glaube ich, ich weiß nicht, was passieren muss, ja. Man verarscht sich hier so ein bisschen selber in der Herzlinie. Ich mache das nicht mit Absicht, immer böse für dein Gegenüber zu reden. Ihr werdet auch eure Macken und Schatten haben, aber jetzt gerade so, wie ihr einschaltet, haben wir hier fünf der Schwerter. Und das ist einfach, könnte so eine Spionierkarte sein. Ich spioniere mal nach, was du machst. Ich halte sie mal näher ran. Alles hinterm Rücken von dir abgelaufen, alles hinterm Rücken sowieso von Menschen. Eine Gabe, man war sich zu fein, die Wahrheit zu sprechen, passt auch sehr gut zu diesem Menschen, weil man ja nicht mal zugibt, dass man hier leidet oder auch sehr oft an dich denkt und dadurch kummert. Man bewahrt hier wirklich seine Maske und hinterm Rücken geht es dann los, ja. Man macht hier Menschen schachmatt, man redet die schachmatt, man attackiert vielleicht hier auch verbal. Aber damit verarscht man sich im Herzen irgendwo selber, weil das ist keine Glanzleistung, ja. Auch hier, du liegst immer noch im Herzen mit der Königin der Kältenergie. Ich weiß nicht, ob man es hier nicht mitkriegen möchte oder auch eine Art Liebe nicht kennengelernt hat in seinem Leben. Angezeigt wird es. Gefühl wird früher oder später nochmal hochkommen. Du bist hier im Herz verewigt momentan noch, ja. Es ist ein Fußabdruck einfach da. Die Spulen kannst du nicht einfach im Herzen verwischen. Und das zeigt ja auch original der Kopf hier an, ja. Also das passt schon so, dass ich es rausgeben könnte, ohne dass ihr hier euch falsch etwas einbildet, weil ihr sollt euch ja raushelfen. Aber hier ist ein Mensch, der hat Probleme, sich zu entschuldigen. Hier liegt ein Mensch, der hat Probleme, seine Fehler selbst einzusehen. Hier liegt einfach ein Mensch, der sagt, ich bin es mal wieder gewesen, ja. Ich bin es sowieso für alle anderen, egal wie ich denke, wie ich ticke. Es gibt ja wirklich Menschen, da fehlt die Kobel, ja. Da fehlt einfach wirklich die Energie zum Kobeln, dass sie wirklich der Meinung sind, sie sind es, ja. Und natürlich möchte man so auch gesehen werden. Je nachdem, wie jetzt die Anerkennung und auch der Status sein soll, ja. Es kann auch wirklich ein sehr materieller, statusbehafteter Mensch hier sein, der nach und nach schon auch merken wird, das Gefühl dazu auch wichtig wäre und Gefühl natürlich auch wichtig ist, Materielles erstmal genießen zu dürfen, ja. Weil nur Materielles sind ja keine Menschen, die dann hier irgendwie an ihrem Audi lecken oder so und sagen, oh geil, ja. Es wäre schön, wenn man beides zusammen hätte. Wir haben hier Sieben der Kälte. Ja, ja. Also hier liegt man wirklich im kompletten Trugschluss. Es ist einfach so, Sieben der Kälte ist ja auch so diese Scheinwelt, ja. Ich mache mir selbst was vor, das wird noch aufgelöst werden. Man wird hier merken, hier drückt irgendwie die Energie. Was habe ich hier gemacht? Ja, diese Chance mit dir habe ich mir selbst versaut. Vielleicht denkt man auch so, Mensch, wir hatten doch eine Chance. Also auf jeden Fall liegt man in dieser Überlegung, wir hätten es beide schaffen können, wir hatten eine Chance. Aber bei Sieben der Kälte ist hier so dieses Licht einfach weggebrannt, ja. Wahrscheinlich war es wirklich zu hell. Und es ist mir einfach zu viel Sieben der Schwerter, Sieben der Kälte. Es ist alles so ein Trugschluss, den man sich hier wirklich zusammenbastelt. Man fühlt, du wärst es gewesen, ja, für einen Abschnitt oder sogar für immer, je nachdem. Man befasst sich wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwie eine Stufe noch tiefer kommt, wo man in einer niedrigen Energie schwingt, ja, wo man auch wieder seine Problemchen oder Aufgaben bekommt. Man wird hier wahrscheinlich merken, welches Trugbild hier hinterliegt, weil das ist ja offensichtlich, ja. Es könnte gut sein, dass man hier merkt, was habe ich mir hier für eine Chance verspielt. Aber auch dann, sage ich euch, kann es sein, dass auch selbst, wenn dein Gegenüber hier nochmal was probiert, sagst du, nee, verzichte ich drauf, Dankeschön. Oder auch, der Zeitpunkt stimmt einfach für die andere Person nicht mehr, weil viel zu viel Zeit und viel zu viel schon verbockt wurde, ja. Es könnte die Abwehr von dir alleine kommen. Ja, wir haben hier die Verbindung, die Transformation, der Turm, hier ist jemand nicht in dieser Veränderung mit klargekommen, ja. Ihr wart auf einem guten Weg, aber irgendwann hat sich hier dieser Jenga-Turm aufgelöst, ja, diese Bausteine. Alle am Klappern, alle am Stolpern. Transformation bedeuten ja auch Weiterentwicklung. Zusammen etwas erschaffen, zusammen etwas halten. War nicht möglich. Der eine wollte in die Richtung, der andere wollte in die andere Richtung. Dem anderen waren vielleicht mehr Anteile von dem wichtig, dem anderen war mehr Erfolg wichtig oder materielles oder mehr Krauch mir hinterher, ja. Ich brauche diesen Status des Herrschers, wie auch immer. Hier ist eine Transformation am Werk. Hier wird man merken, hier verändert sich was. Seitdem du nicht mehr da bist, wird sich hier etwas gravierend verändern und nicht nur, weil du einfach nicht da bist und ich euch wieder hier verschaukeln will, als so eine Art kommen, wir schaukeln euch mal in Wattewölkchen, sondern es ist ja ganz normal, dass auch ein Prozess bei deinem Gegenüber einschlägt, oh, es ist ja eine Änderung, wenn man sich trennt, ja. Es hat also nichts mit Verschaukeln in dem Sinne von ich will euch auf Watte packen, sondern hier hat jemand ziemlich spät geschneit oder gemerkt, was ja eigentlich passiert ist seit dieser Trennung oder seit ihr keinen Kontakt mehr habt. Man muss hier offensichtlich erkennen, hier ist was zusammengebrochen, ja, was man nicht mehr halten kann. An welcher Stelle stehst du? Ja, das würde man wahrscheinlich wirklich gerne wissen. Entweder ist man hier wirklich sehr stark mit einem Glauben verbunden, den man absolut vernachlässigt hat, wo man sagen würde, ja, also du schäm dich mal, dass du überhaupt so einen Glauben hast, so nach dem Motto, so hast du definitiv nicht gelebt, aber man würde gerne wissen, wo du stehst, ja, und man macht sich hier ganz stark Gedanken über die Zeiten, die ihr erlebt habt, wie viel du dagelassen hast, wie viel erfahrungsreiche Zeit du diesem Gegenüber hier eigentlich geschenkt hast. Wir haben hier eine Stierenergie, die Erdung kommt langsam an, man wird hier, oder es wird einem hier bewusst bei deinem Gegenüber, was du wirklich hinterlassen hast, ja. Wahrscheinlich so ein Eigengeständnis, oh, ich habe dich doch ziemlich oft gebraucht. Jetzt bräuchte ich dich in einer Situation wahrscheinlich auch, hier geht es jemandem eventuell sogar mental absolut rüber, ja, wo du wahrscheinlich vielleicht oft dafür gesorgt hast, diesen Menschen mental zu halten, weil mental scheint dir hier auch irgendwas nicht zu stimmen, ja, wenn man nicht mal Entschuldigungen, ernsthafte Entschuldigungen und sich dann dran hält, ja, aber man ist ja überhaupt nicht nach dieser Veränderung von sich selbst interessiert. Man hätte das eventuell nur für dich gemacht, aber selbst hat man hier diesen Aufbau verpasst, du hast immer probiert, wahrscheinlich dieses zusammengekloppte immer wieder für euch beide aufzubauen und der andere hat dann diesen gemacht, ja, mach mal schön, ich gucke, ordentlich gebaut, schief, nee, mach mal nach rechts, nee, mach mal nach links, also es ist so, hm, aber es ist nicht das, was du fühlst, ja, hier liegt jemand, der merkt so nach dem Motto Energie, Edgy Badge, ja, du funktionierst nicht mehr so, wie du funktioniert hast in dieser Verbindung und das kann nach einer Zeit kommen, das kann natürlich auch sein, dass man wieder anklopft und sagt, hallo, ich will mal wissen, was du machst, hast du schon einen neuen, hast du schon eine neue oder irgendwie so, was machst du, ja, du bleibst aber hier völlig fokussiert auf dieses nein, danke in unserer Bindung oder Verbindung hat der Zeitpunkt einfach nicht gestimmt, viele Faktoren haben nicht gestimmt und deswegen verzichtest du, egal was hier passiert, ob hier was passiert, ja, es ist nicht mehr dein Therapiebereich, sagen wir es mal so ganz krass, ja, weil es dich auch ziemlich niedergeschlagen haben muss, wenn nach der Sonne ein Teufelskreis kommt, ja, aber du hast es hier gepackt, so, deine Tendenz, wir gucken mal, wo läufst du hin, parallel zu deinem Gegenüber, falls es dich interessiert, manchmal hilft euch das ja, wir haben deine Tendenz, oh, König der Münzen, du kannst wieder aufbauen, ja, du bist sehr stark wahrscheinlich an der Transformation interessiert, wirst auch weiterhin aufbauen, siehst diesen Blickwinkel ganz anders mittlerweile, ja, die Entscheidung hat sich wahrscheinlich gelohnt, du hättest niemals gedacht, dass du eines Tages hier stehst und sagst, das war die beste Entscheidung, die mir eigentlich hätte passieren können, weil es bleibt mehr im Pott, es bleibt mehr für mich übrig, ich kann entscheiden, wann ich wie, wo arbeite, wann ich wie, wo feiern gehe, mit welchen Leuten, mit welchen Kollegen, ich bin nicht mehr gefangen, ich kann hier alles realistisch, irdisch erleben, ja, ich erlaube mir mit der königlichen Energie wirklich durchzuziehen, niemand zu haben, der mir sagt, was ich zu tun habe. Du siehst diese Entscheidung mit diesem Verzichten und mit diesem Zeitpunkt stimmt nicht als entweder jetzt schon oder es wird zu kommen als richtige, beste Entscheidung, weil du merkst, wie viel du selbst für dich übrig hast an Zeit oder was auch immer du hier gerade aufbaust in dieser Strecke, das hättest du liegen lassen in diesem Prozess, wenn du mit diesen Menschen noch zusammen gewesen wärst, dir ist bewusst Wahnsinn, wie du gewachsen bist, seitdem diese Energie oder Mensch fehlt. Du bist aufgestiegen. Was haben wir noch? Es könnte hier zu einer Art Abwehr kommen, wenn dein Gegenüber hier reinkommt oder irgendwie Energien kommen, wo du wieder dran denkst oder wie auch immer, du wehrst es komplett ab, du hast gar keine Lust, dich mehr auf diese Diskussion einzulassen, du kennst diese Spiele schon, du wehrst hier komplett ab, damit du wirklich in deiner Linie drin bleibst. Auch andere Sachen, die dir vielleicht gesagt werden, vielleicht probieren auch Dritte irgendwie reinzukommen und hier was zu klären zwischen euch beiden oder du hörst irgendwie was, glaube nichts, was du aus dem Mund deines Gegenübers nicht hörst, schirme hier Dritte ab, aber das machst du freiwillig mit Fünf der Stäbe, du willst einfach deine Ruhe haben. Wir haben hier, du fängst wieder an, dich neu aufzubauen, das hat auch wirklich was mit dem König der Stäbe und der Entscheidung zu tun, weil wir sehen hier wirklich die Schritte, die kleinen Schritte in eine neue Richtung für großen Erfolg, irgendwie switcht der Erfolg zu dir rüber. Die kleinen Schritte für den Aufbau bei drei der Münzen, du guckst hier wirklich gerade irgendeine neue Linie an, die du verfolgst, die du halten möchtest und der Lohn ist neu in der Münzen, haben wir hier den Selbstwert in ganz, ganz großer Form, der wieder mit Stolz reinkommt, mit Stolz behaftet ist. Du lässt dich hier nicht mehr so leicht mit irgendwelchen Triggerpunkten locken oder beziehungsweise auch nicht mehr rund machen, dass irgendwas in deinem Leben nicht normal wäre oder anders ablaufen müsste. Auf gar keinen Fall. Du ertest dich hier absolut und du nickst deinen Kopf wirklich zur Seite. Sprichst lieber mit dem Vogel als mit Menschenseelen, so ungefähr. Lass mich in Ruhe. Du bist wirklich angekommen oder wirst hier ankommen und erst mal dann sehen, wie deine Transformation eigentlich gelaufen ist seit dieser Trennung. Rückblickend wunderschön, ja. Wir gehen in die Transformation deines Gegenübers. Wir haben hier sechs der Kälte. Man sucht wahrscheinlich wirklich gedanklich oder auch wirklich real die Energie von dir, weil du irgendwas hast, was dieser Mensch von anderen Menschen nicht kriegt, ja. Vielleicht auch diese liebevolle, emotionale, Leistung von dir, die man endlich spürt, ja, oder die einem wieder fehlt. Es könnte sein, dass man hier wieder merkt, ab einem gewissen Zeitpunkt, oh, jetzt hätte ich schon gerne wieder jemanden, der mir das auffüllt, der mir den Kälsch gibt. Vielleicht kennst du die Energien auch, weil alleine komme ich nicht rein, ja. Man kommt alleine nicht in die Harmonie. Du, ich sage dir ganz ehrlich, dieser Mensch ist momentan überhaupt nicht bereit für Harmonie. Das liegt auch im Schatten, aber du bist eben der Mensch, der dafür gesorgt hat, zumindest in anderen Formen, Arten und Weisen durch Emotion, Harmonie zu diesem Menschen zu bringen. Und wenn es nur der Selbstwert ist, den du hier hochgehalten hast, ja, oder die Energie von dir, dass du hier jemanden aufgefangen hast die ganze Zeit. Alleine kommt man hier nicht an bei zehn der Kälte. Man ist hier unrund, man läuft eine Weile unrund, ja. Ja, weil man belastet ist, weil man hier nicht dafür gesorgt hat, Probleme abzuschaffen. Man trägt immer mehr Probleme. Es können wirklich Altlasten hier drin stecken, von denen du vielleicht nichts weißt oder wo du dir schon vorstellen kannst, welche Altlasten man hier tragen will. Man schleppt sich so durchs Leben. Ich muss es dir sagen, auch wenn es von außen vielleicht wirklich ganz gut aussieht in anderen Teilen, schleppt man sich hier durchs Leben, ja, mit einer Menge Ballast, die man nicht einsieht, wegzutragen. Das ist ja für mich immer so die berühmte Mikado-Karte. Lass doch mal fallen, ja. Das hast du vielleicht zu deinem Gegenüber auch oft gesagt. Lass dich doch mal fallen oder lass doch mal fallen, Mensch. Wird man vielleicht gemacht haben, du hast die ganzen Stäbe wieder aufgeholt, aber man hat nicht verstanden, dass man sie selbst nicht wieder einsammelt, ja. Wenn du sie schon mitnimmst. Dein Gegenüber hat immer wieder gesorgt, dass man hier Mikado spielen musste und immer wieder neue Probleme reingebracht, ja. Auch wenn die die zehn Stäbe dann wieder mal abgearbeitet waren, hat man es wirklich mit Bravour geschafft. Hey, hier, ich habe ein Geschenk für dich, ich bringe dir neue Belastungen rein, ja. So ironisch natürlich, ja. Soll ja ein bisschen lustig sein. Ja, wir haben hier acht der Kälte. Man fühlt sich, ob man mit dir zusammen war oder nicht, irgendwie verlassen, ja. Man hat sich selbst nicht gefunden, man hat seine Mitte nicht gefunden, man fühlt sich generell ständig alleine, man braucht hier wahrscheinlich von vielen Menschen wirklich Aufmerksamkeit hoch. Zehn, von jedem eine Art Bewunderung, ja. Und man kann sich selbst, ich sage es dir ganz komisch, nicht auf sich verlassen. Das heißt, das merkt man in Strukturen, wenn man Sachen versprochen hat, die man selbst nicht halten kann, bei sich selbst, ja. Dass man sich selbst irgendwas, ja, vorgenommen hat und hat das bis heute noch nicht gemacht, ja. Da werden auch genug Sachen sein, die du vielleicht auch erkennst, wo du sagst, ja, bis heute ist das nicht passiert, ja, dass man sich dran gehalten hat oder wie auch immer. Man hat sich selbst verlassen. Man, also auch wenn die optische Hülle, ich sage es mal ganz krass, weil du hast oder warst in diesem Ritter-Modus Stab umgedreht, du willst nicht mehr deine Zufuhr geben, Zufuhr geben, um dieser Person die Aufmerksamkeit zu schenken, die man wahrscheinlich in Hülle und Fülle bekommen hat von dir, ja. Du drehst dich ja wirklich weg und sagst zu deinem Herzen, nee. Also selbst das Gefühl stirbt immer mehr ab, dass du das Gefühl kriegst, hier Sehnsucht aus reinem Herzen, vielleicht ist es Sehnsucht zur Klärung, ja. Man sieht hier ganz stark, dieser Mensch gibt wahrscheinlich, ii, was habe ich denn? Ein Fussel, glaube ich, Entschuldigung. Dieser Mensch gibt ganz stark vor, mit sich selbst äußerlich zufrieden zu sein und wir haben jetzt hier den Stab im Schatten, ja. Das bedeutet auch wieder, mein Gott, was ist da los in diesem Leben? Wenn ihr jetzt aufeinandertreffen würdet, wäre hier auch wieder so eine Situation, so eine Energie, wo man dich selten zum Lachen kriegt oder bringen kann, ja. Wo man dir auch wieder, hier kannst du neu Mikado sammeln, ich bring schon mal den ersten Stab, damit wir wieder Mikado spielen und du sammelst auf. Es ist einfach so eine Energie, wenn ihr jetzt gerade auch zusammen wärt, du wärst deines Lebens oder deines Tages nicht mehr froh, ja. Es ist hier wirklich alles, man fühlt sich selbst nicht wohl, obwohl man die Hülle vorgibt, ja. Man könnte wirklich perfekt, in der Perfektion aussehen. Man fühlt sich aber nicht nach außen. Und das ist es ja immer, wo ihr dann auch recht habt, ja, Schönheit liegt im Auge, das betrachtet das, man merkt die innere Schönheit, wenn es zum Äußeren dann natürlich noch passt, wäre es perfekt. Aber hier tarnt man sich, ja. Man tarnt sich, man hat vielleicht auch körperlich absolut nachgelassen und hat die ersten Monate oder Phasen gezeigt, zeigt, was man hier drauf hat und schön verführerisch unterwegs, aber es ist nichts von dem gerade momentan da, was ich euch sagen könnte. Natürlich, wenn es jetzt körperlich nicht freundschaftlich oder familiär passt, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dann liegt es einfach daran, dass man dich hier nicht in einer fröhlichen Laune mitreißen könnte, wo man überhaupt nichts plant. Du hättest hier wirklich einen, ich sag's mal, Schrottihaufen, ja. Nicht respektlos, sondern dieser Mensch sammelt so viele Probleme und Stäbe. Es ist ja einfach nur eine Rangelei, wo dieser Mensch von alleine mit der Transformation endlich anfangen müsste, weil du kannst oder wirst auch diesen Turm nicht mehr für diesen Menschen aufbauen können, auch wenn du gerne wollen würdest. Das muss derjenige, das Grundfundament muss derjenige alleine aufbauen und wissen, was er darauf bauen möchte. Das ist wie, Turm stand mal perfekt, ja, ihr hättet noch weitere Stationen bauen können, aber das Fundament dafür fehlt gerade bei deinem Gegenüber. Man wüsste nicht mal, was sollen darauf gebaut werden, ja, ich will einfach nur, dass es so ist wie damals. Aber entschuldigen und einsehen, dass du jemandem fehlst, ja, also hat man ja als, hier, es kann übrigens auch eine Frau sein, ja, hat man ja nicht nötig. Es ist ja die männliche Energie in dem Sinne, es hat hier nichts mit Geschlechtern jeglicher Art zu tun, sage ich auch nochmal ausdrücklich, es könnte hier auch eine Frau sitzen, die wirklich der Meinung ist, du hast für mich zu machen, ich bin es nicht anders gewohnt. Du hast für mich zu machen, weil so hast du mich auch am Anfang behandelt, wo ist jetzt, warum kann ich nicht mehr alles mit dir machen, ja, so nach dem Motto, was los mit dir, so, warum machst du nicht mehr, ja, ich will doch nach außen hin trotzdem das Perfekte abgeben und all das, was schiefgelaufen ist, hast du ja im Endeffekt schon eingesehen, ja, also da müssen wir uns jetzt auch nichts mehr in der Legung vormachen. Wir sind hier angekommen, für dich gibt es eine Visionskarte, noch bist du in der Verarbeitung, noch bist du in der Transformation, wahrscheinlich drinnen gefangen oder wie auch immer oder du siehst jetzt wirklich mit der Legung die Klarheit, befreie dich, du bist nicht mehr abhängig und bist auch nicht mehr im Teufelskreis. Dein Messer ist die ganze Zeit da, wenn du nicht durchschneidest, dann bist du hier selbst gefangen, ja, du hast dich selbst zurückgezogen. Ja, mit der Quersumme 9 von der 36 haben wir den Eremiten, den wir auch hier drin hatten, der Rückzug ist schön, wenn du dich zurückziehst, aber wäre schön, wenn du dich auch wieder entfalten kannst, ja, und alle Utensilen, die du dafür brauchst um kaputte Bänder, ähm, quälende Liebe, ja, Liebe, die vielleicht auch nicht mehr liebenswert ist, das Utensil ist die ganze Zeit an deiner Seite, dein Schwert, du kannst es durchschneiden, wenn du möchtest, ja. Jetzt sich nur zurückziehen und in so einer Haltung hier durchzuhalten, ist natürlich auch nicht die feinste englische Art von dir, weil du dort auch einfach auch diese Trauerhaltung hast, die du wahrscheinlich immer gewohnt warst von deinem Gegenüber. Ich warte, bis ich wieder Mikado-Stäbchen aufsammeln kann, ja. Es tut mir leid, ich will gar nicht so krass sein, aber es soll ja irgendwo auch so ein bisschen reinzecken und dich wach machen und ihr wisst mittlerweile, ich trigger ganz gerne und mach das auch mit Absicht, ja. Um dir hiermit zu sagen, hast du es nötig oder die Blöße, musst du dir die Blöße geben? Nein. Also befreie dich von den letzten Resten, weil mental hast du es ja schon verstanden, ja, dass hier eine Abhängigkeit in eine ganz falsche Richtung ging und du diese Bände einfach nicht mehr brauchst, ja. Weil es einfach auch kein Band der Liebe mehr ist mit dem, wie man mit dir umgegangen ist. So bei aller Liebe. Da bist du aber selbst schon auf den Trichter gekommen, ja. Das muss ich dir hier nicht mitteilen, sondern du musst ja auch mitarbeiten. Sag mal, ich habe keine Talent eigentlich nur noch mit schmutzigen Linsen zu sitzen. So die meisten so, oh, Feuer war besser. Ja, tut mir leid. Ich habe auch Falten. So in diesem Sinne, das war jetzt auch nur wieder, kam auch schon, ja, wo ich mir denke, so es ist immer so schade und ja, natürlich haben wichtige Kommentare, wenn man so schreibt, so Otto alte Oma oder so, muss ich ja auch drüber lachen. Viele sind sich nicht bewusst, dass mich das nicht juckt, ja, weil es ist wirklich so, denkt mal lieber daran, wie dankbar man ist für jedes Jahr, dass man hier leben darf. Weil ich glaube, jeder kennt irgendwie Menschen, die nicht das Privileg hatten, so lange auf dem Erdbein zu sein, wie ihr oder wie jeder andere von uns, ja, also seid für jeden, für jeden Geburtstag, ich habe auch Geburtstage hasst, aber mittlerweile seid für jeden Geburtstag dankbar, der gefeiert werden darf, ja, ich habe das damals auch nicht verstanden. Wahrscheinlich für junge Menschen immer sehr schwer, oh Gott, ich werde alt, ich werde alt. Ich trichte meinen Kindern auch immer ein, so, nee, bitte nicht so denken, irgendwann wirst du es wahrscheinlich alleine feststellen, da muss eine Dankbarkeit eigentlich hinterstecken, dass du ein Jahr älter wirst, ja, da muss eine Dankbarkeit hinterstecken, dass du eben diese runde Zahl jetzt abschließen darfst und anhand der Zahlen, die natürlich nicht wichtig sind, so gesehen, aber andere sind vor dir schon gegangen und haben diese Zahlen nie erleben dürfen, ja, und deswegen ist natürlich auch der Reifeprozess ein ganz, ganz wichtiger, nicht nur äußerlich, dass man den annehmen könnte und wir wissen ja alle, wir könnten mittlerweile auch toll was machen, wie jemand übertreibt, muss jeder selber für sich wissen, aber es ist trotzdem auch schön, dass Altern von der Reife und natürlich vom Äußeren nicht aufhaltbar ist, ja, aber es ist wichtig zu reifen, damit man auch zu dieser Hierophanten-Energie kommt, um die Erfahrung wirklich nützlich, ich habe heute das Gefühl gemacht, Gebärdensprache, nützlich anzunehmen, ihr Lieben, ja, so, so, gut, ihr Lieben, ich bin durch, es war ein schöner Tag, ich bin vielleicht auch sehr energetisch aufgeladen, es war ja wieder herrlich sonnig, ich hoffe, ihr hattet auch wunderschöne Stunden und mein Neffe ist jetzt auch ein Schwulkind, ey, da ist es wieder, die Zeit, wo ist die Zeit hin, wo, wo ist das, ja, Wahnsinn, der Kleine, naja, ihr Lieben, auch da, bleibt bei euch, teilt eure Zeit sinnvoll ein, teilt sie nicht für toxische Menschen ein, wenn ihr nicht abhängig sein wollt, müsst, dann versucht wirklich euren eigenen Turm aufzubauen, ja, es ist schön, wenn jeder seinen eigenen Turm mitbringt und man nicht sofort wieder sturzartig einen Turm gemeinsam aufbauen möchte, der zur Transformation führt, zum Einbruch führt, eine Transformation, die man nicht möchte, aber zum Einbruch führt, in dem Sinne, wo dann hier so ein Dilemma liegt, ja, wo man sich bewusst wird, sag mal, äh, war ja schön, dass wir oft gespielt haben zusammen, aber irgendwann ist mit Mikado dann auch mal Schluss oder Ende, ja, ihr Lieben, auch stresseitert, ja, also passt da ruhig drauf auf, in Liebe, wenn ihr mögt, weiß ich nicht, ob ich es morgen schaffe, wahrscheinlich schon, aber ansonsten erstmal eine wunderschöne Nacht gewünscht und einen schönen Sonntag, bis dann, ciao. Ciao.